Federico Munerati war ein italienischer Fußballspieler und Trainer. Munerati, auch Ricciolo genannt, spielte während seiner aktiven Karriere als Stürmer und war für seine Kraft und seine Sprintstärke bekannt. Spielerkarriere Federico Munerati begann seine Karriere Anfang der 1920er Jahre bei Spezia Calzico und Novara Calzico. Im Jahr 1923 wechselte er zu Juventus Turin, wo er auch die meiste Zeit spielte. Zwischen 1923 und 1933 absolvierte der Stürmer für Juve insgesamt 256 Partien und schoss dabei 114 Tore. Beim Turiner Klub konnte er vier italienische Meisterschaften gewinnen und gehörte dort Anfang der 1930er Jahre der Mannschaft des Quinqueniodoro an. In der Saison 1933-34 spielte er für Sampia da Renese in der Serie B, bevor er am Ende der Saison 1937-38 bei Bielese in der dritten Liga. Seine aktive Karriere beendete. Federico Munerati debütierte am 18. Juli 1926 beim Spiel in Schweden für die italienische Nationalmannschaft. Insgesamt absolvierte er zwischen 1926 und 1927 vier Spiele für Italien. Trainerkarriere Federico Munerati löste 1940 interimsmäßig den kurz zuvor verstorbenen Umberto Caligaris als Trainer von Juventus Turin ab. Im Jahr 1941 folgte ihm Giovanni Ferrari auf dem Posten des Juve-Trainers. Dennoch trug er 1941-42 zum Gewinn der Coppa Italia bei. Nach dem Zweiten Weltkrieg trainierte Munerati Aziriale Calzico, Bielese sowie Borgo Sesia Calzico. Erfolge Als Spieler italienische Meisterschaft 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, als Trainer Coppa Italia 1941-42. Berwetschigstil Berwetschigstil Vielen Dank.